Hallo Leute, willkommen zu einer Runde QSK auf dem Pixel SG. Und Leute, heute habe ich ein bisschen was am Start. Und zwar wollte ich einfach mal Motion Blur probieren, also RSMBE. Weil ich mir dachte, das sieht eigentlich ganz cool aus. Wollte ich einfach mal fragen, ob das für euch auch cool ausschaut. Und den haben wir ja richtig gut bekommen, nice. Und was ich noch ansprechen wollte ist, dass ich im Moment einfach privat oder so kein QSK mehr spiele. Sondern eigentlich nur mehr in Aufnahmen, da mir irgendwie QSK so keinen Spaß mehr macht. Weil ich im Moment einfach viel mehr OEC spiele und das einfach viel mehr Spaß macht. Und die würde ich jetzt gerne cleanen. Dankeschön. So, dann haben wir auch. Sorry, dass ich dich jetzt töte, aber machen Aufnahmen, kein Screen. Okay, ich wäre jetzt fast gestorben. Glücklicherweise hat mir der Typ geholfen. Okay Leute, ich muss ein bisschen weglaufen, weil sonst bin ich jetzt tot. Naja, sorry, dass einem jetzt dreiteil kein Video kam. Also ich wollte eigentlich den zweiten Tag wieder machen. Nur irgendwie, ähm, ja. Hatte ich irgendwie keinen Bock, QSK aufzunehmen. Und da wollte ich mal einen Tag Pause machen und so. So, dann können wir, glaube ich, holen. Oder es dürfte low sein eigentlich. Hab ich gewusst. Dann würde ich den jetzt auch noch gerne holen. Nice, haben wir auch. Mein Aim ist btw grad übelst scheiße, merke ich. Aber meine Hits sind ganz okay. Und dann haben wir den Typen. Und Leute, würde ich sagen, lass den Pool dahinter, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal.